Hallo, mein Name ist Erik Stutterheim. Ich bin Graf Mager Selbstverteidigungstrainer. In unserer Videoreihe zeigen wir Ihnen effektive, realitätsnahe Selbstverteidigungstechniken. Lösen aus einer Umklammerung mit gefangenen Armen. Wenn der Angreifer mich umklammert und mich so versucht zu limitieren, muss ich mich so schnell wie möglich aus der Situation befreien. Dazu verschaffe ich mir als erstes Platz, indem ich die Hüfte nach hinten herausdrücke. Damit stabilisiere ich mich zum einen, zum anderen kann ich durch den Raum zwischen uns schnelle Konterangriffe durchführen. Danach halte ich den Angreifer noch bei mir, um weiter mit dem Knie kontern zu können. Ich möchte so erreichen, den Angreifer möglichst kampfunfähig zu machen, um mich danach sofort entfernen zu können und die Umgebung nach Mittätern, Fluchtwegen oder Hilfe absuchen zu können. Hier noch einmal als Schattentechnik, damit ihr alleine üben könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und uns abonniert. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr das Video gerne kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.